Machen Sie Tone weit, uns die Türen in der Welt. Ein Studienabbrecher mit dem zum Spott eingeladenen Namen klopft, fährt im Sommer 1750 mit einem Boot über den Zürichsee. Im nächsten Mal ist der Mittelpunkt einer Gesellschaft junger Leute und trägt seine Gedichte vor. Besonders die anwesenden Jugendhafen, seine Ohren und ihre Geschirr-Wohnschaften. So ist die Dichter hier so entstanden. Es wollte ein gleichermaßen dramatisches und erotisches Ereignis für ein vorlegendes Schwein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Sommernacht von 1766 Wenn der Schimmer von dem Monde nun herab in die Wälder sich ergießt und Gerüche mit den Düften von der Linde in den Kühlungen wehen, So umschatten mich Gedanken an das Grab der Geliebten und ich sehe in dem Walde nur es dämmern und es weht mir von der Blüte nicht her. Ich genoss einst, oh ihr Toten es mit euch, wie umwehten uns der Duft und die Kühlung, wie verschönt warst du von dem Monde, du, oh schöne Natur. Vielen Dank. Vielen Dank.